Liebe Winterthurerinnen und Winterthurer, meinen Freundinnen und Freunden, die auf Wohnungssuche sind, möchte ich gerne sagen, ziehen auf Winterthur, doch leider kann ich das nicht, weil es hat viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Wir müssen günstigen Wohnraum arbeiten. Darf man die Stadt genossenschaftliches und studentisches Wohnen fördern und bezahlbaren Wohnraum anbieten. Leerstehende Liegenschaften müssen so lange wie möglich noch genutzt werden können. Ein Dach über dem Kopf ist ein Grundrecht. Es darf nicht sein, dass die Dicke von Portemonnaie bestimmt, wer in dieser Stadt wohnen darf und wer nicht. Ich möchte, dass wir alle hier miteinander und nebeneinander wohnen können, egal ob arm oder reich, jung oder alt, mit oder ohne Schweizer Pass, Familie oder Sinne. Nur so findest du das, was sie ist, eine lebenswerte Stadt. Meine Lieblingsstadt, wo hoffentlich auch meine Freunde und Freundinnen eine Wohnung finden. Deshalb werde ich mich einsetzen, dank ihrer Stimme für die SP am 7. März für Gemeinderatswahlen. Ihr winning dayt Stadium. Seit finns sich um 7. März 20h 15. März anbieter interpretieren.